Hallo, hallo, my loves und ganz herzlich willkommen zu dieser wunderschönen neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle wieder hier seid und dass wir die Möglichkeit haben, ein paar wunderschöne Minütchen miteinander verbringen zu können. Ich hatte heute, und ich glaube, das habe ich in dem Podcast noch gar nicht erzählt, meine zweite Therapiestunde. Das war heute tatsächlich die zweite, die ich hatte, weil ich war ja im Urlaub, das habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Darüber geht tatsächlich auch so ein bisschen diese Podcast-Folge. Auf jeden Fall hatte ich heute meine zweite Therapiestunde und es war so krass, wie viel wir einfach schon in dieser zweiten Stunde gebabbelt haben. Und um genau zu sagen, was ich damit meine, wie viel ich einfach schon in dieser zweiten Stunde gelernt habe. Es ist so, so krass und ich weiß nicht gerade, ich finde so die Leute im Podcast, die haben ja so ein bisschen mehr Einblick in mein Leben. Natürlich habt ihr auch keinen wirklich guten Einblick trotzdem, aber ihr habt ja so ein bisschen mehr Einblick, sage ich jetzt mal, als Leute, die mir nur auf Instagram oder so folgen. Aber ich habe wirklich seit Jahren jetzt schon mit dem Gedanken gespielt, mich um eine Therapie zu kümmern, dass ich mich da einfach mal umgucke, wen gibt es denn so bla bla bla. Und das habe ich so hart lange aufgeschoben. Also wirklich jetzt no joke. Seit drei Jahren habe ich immer wieder diesen Gedanken gehabt, okay, ich muss in Therapie. Also ich habe so ein paar Sachen, die würde ich einfach mal gerne, wie sagt man, wie formuliert man sowas, abchecken lassen oder sowas. Also ich wusste ganz, ganz, ganz lange, ich will das machen. Ich habe es aber immer wieder aufgeschoben, gerade auch so ein bisschen, weil das halt irgendwie so die Vibes hat. Und ich checke gar nicht, warum das noch so in der Gesellschaft drin ist, aber dass Leute halt so denken, boah, die geht in Therapie, die hat voll den Knacks. Und ich habe da auch so ein TikTok drüber gemacht, als ich zu meiner ersten Stunde gegangen bin, um da halt so ein bisschen zu sensibilisieren, in Anführungszeichen. Und was ich halt nicht machen werde, und das erwarten so alle, seitdem ich das erzählt habe, so meine genauen Gründe erzählen, warum ich in Therapie gehe. Wirklich so, heute habe ich auch wieder ein Video gepostet, weil ich so ein krasses Learning aus der heutigen Therapiestunde gezogen habe. Und ich war so, weil deswegen, ich fand das so krass, weil das erst meine zweite Stunde war. Und ich habe da eine Sache so irgendwie für mich so mitgenommen, die ich so geil fand, obwohl die so krass simpel war. Ihr könnt euch das TikTok anschauen. Habe ich dann, wenn die Folge online ist, gestern hochgeladen. Das habe ich gepostet und alle Leute sind so, warum geht die bitte in Therapie? Und ich finde das erst mal so dreist, dass bei irgendjemandem zu kommentieren zu. Stell dir vor, du hast so eine Person, die traut sich schon, das überhaupt zu sagen. So, hey Leute, ich gehe in Therapie. Das ist eh schon so eine sehr, sehr sensible Sache und eine unglaublich private Sache. Und deswegen habe ich auch richtig mit mir gekämpft, ob ich das überhaupt sagen soll oder nicht, weil ich genau wusste, dass sowas passiert. Und Leute sind so, hey, warum geht die bitte in Therapie? Es ist so unnötig, bla bla bla. Und ich denke mir so, es ist so crazy, dass du einfach zu einer fremden Person sagst, es ist unnötig, dass du deine Vergangenheit aufarbeiten willst. Das hat so eine Person kommentiert, die, selbst wenn sie jedes Video auf meinem Kanal gesehen hat, selbst wenn sie jede einzelne Podcast-Folge, jede Story, alles, was ich jemals gemacht habe, selbst wenn sie sich alles angeschaut hat, kann sie nichts über mein Leben sagen. Und das, ich sage es euch ganz ehrlich, diese Kommentare haben mich echt verletzt und deswegen wusste ich auch, will ich das wirklich öffentlich überhaupt erzählen, dass ich jetzt endlich in Therapie bin, weil ich wusste, dass genau sowas passieren würde. Dass Leute sagen, du hast so ein geiles Leben, was ist bitte dein scheiß Problem und sowas. Und das ist einfach euer friendly reminder, nicht irgendein random Zeug bei Fremden zu kommentieren. Literally Fremde. Ich weiß, dass ich euch sehr viel aus meinem Leben erzähle. Und deswegen würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt 100% Fremde sind, aber eigentlich sind wir Fremde. Es ist faktisch so. Und das finde ich so absurd, einfach zu Leuten zu gehen und zu sagen, ja, du hast es doch nicht nötig. Was babbelst du? Selbst wenn du das zu einer Freundin sagen würdest, selbst wenn du eine Freundin hast, wo du dir sicher bist, okay, ich weiß super viel über sie, trotzdem weißt du nicht alles. Und das einfach so Menschen vorzuwerfen, weil ich sage es euch ganz ehrlich, das hat mich so hart verletzt. Aber ich weiß, dass die Podcast-Community die süßeste Community der Welt ist. Deswegen kann ich euch hier sowas erzählen, ohne gejudged zu werden. Aber das fand ich echt heftig. Und das wird auch bei jedem, wenn ich das irgendwie noch mal in Videos erwähne, dass ich halt in Therapie aktuell bin, das wird halt bei jedem Video noch weiter kommentiert werden wahrscheinlich. Aber ja, das ist euer Reminder. Social Media ist halt einfach nicht echt. Und das, was ich poste, sind Highlights aus meinem Leben. Und ja, ich denke aber nicht, dass ich jemals so über die genauen Sachen sprechen werde, warum ich in Therapie bin. Weil deswegen bin ich ja in Therapie, um mit jemandem darüber zu reden. Und ja, auf jeden Fall, es tut mir unglaublich gut. Ich merke aber, dass ich nach den Stunden schon irgendwie so ein bisschen, also ich hatte jetzt ja erst zwei und die erste und auch die heute war auch mehr so ein bisschen so eine Kennenlernstunde eigentlich. Also du hast ja dann erst mal so eine Stunde, wo du die Therapeutin kennenlernst und man guckt, ob man überhaupt zusammenpasst, kann man zusammenarbeiten und so weiter. Und ja, da hatte ich jetzt heute meine zweite Stunde und die war halt schon viel, viel, viel intensiver und die hat mir schon so viel gebracht. Also ich bin wirklich gespannt, was da noch alles passiert. Aber ich merke richtig, dass das schon auch irgendwie so belastend ist, wenn du dann so über Sachen sprichst und alles so ein bisschen aufrollst, dass du dann schon so ein kleines Tief so ein bisschen haben kannst danach. Aber es ist super. Also ich bin wirklich so stolz auf mich, dass ich diesen Schritt jetzt gegangen bin. Auch wenn ich jetzt nicht so cute Kommentare wahrscheinlich die ganze Zeit abbekommen werde. Aber das Wichtigste ist, dass es mir gut geht, denke ich mir. Und ja, dieses Thema Therapie sollte nicht so als sowas Abnormales angesehen werden, dass du voll der Psycho bist, wenn du in Therapie gehst und dass du richtig einen Schuss hast oder sowas. Sondern ich finde es unfassbar wichtig zu erkennen, wenn man irgendwelche Probleme hat und man kommt mit irgendeiner Sache einfach gar nicht mehr klar und man merkt, ich brauche wirklich einfach Hilfe. Und diese Hilfe kann total anders auch aussehen. Es muss ja nicht gleich eine Therapie sein, aber es kann ja auch einfach nur ein Gespräch mit irgendeiner vertrauten Person oder sowas sein. Das aller, aller stärkste, was ihr machen könnt, ist wirklich immer euch Hilfe zu suchen. Und das war jetzt für mich so die letzte Option, sage ich mal. Und ich wusste auch für mich die beste Option. Und deswegen, ja, ich bin einfach froh, dass ich es endlich gemacht habe. Und ich habe es euch im Podcast noch gar nicht erzählt. Aber ja, deswegen wollte ich euch das einfach ganz gut sagen. Und jetzt bin ich so ein bisschen, wahrscheinlich ändert sich das im Laufe der Podcast-Folge. Aber ich bin schon so ein bisschen so, puh, ja, das war intens jetzt irgendwie. Aber mir geht es trotzdem gut. Ich bin super happy und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ich hier bin. Mir ist aufgefallen, ich habe immer unfassbar hohe Ansprüche an meinen Podcast. Und das habe ich euch, glaube ich, auch schon öfter erzählt, dass ich immer so richtig picky bin, so mit meinen Themen und über was ich spreche und sowas. Und ich bin immer so richtig, wenn ich nicht ein richtig geiles Thema habe, dann nehme ich gerne Podcast-Folge auf. Und mir ist aber aufgefallen, ich habe auch so ein paar Podcasts, die ich richtig gerne höre. Und ich habe so einen Podcast speziell, den höre ich immer zum Einschlafen. Und es triggert mich so hart, wenn diese Dame keine neue Podcast-Folge hochlädt. Und wirklich im Moment ist es so, sie hat seit vier Wochen oder so keine Podcast-Folge hochgeladen. Und dann bin ich so zu diesem Gedanken gekommen, die hätte jetzt den größten Scheiß aufnehmen können und es hochladen können. Hauptsache, ich höre einfach ihre Stimme, weil ich die super beruhigend finde. Und als ich diesen Gedanken hatte und mir so dachte, warum lädt dir jetzt nicht endlich mal was hoch, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das für die Leute, die meinen Podcast hören, genauso. Also, dass die sich manchmal gar nicht denken, okay, wir brauchen jetzt mega das anspruchsvolle, geile Thema. Wir wollen einfach nur Feli Stimme hören. Also, ich hoffe natürlich, dass es für den einen oder anderen so ist. Aber ich denke schon, wenn du so einen Podcast hast, den du so richtig oft hörst, so regelmäßig, dann ist es gar nicht immer so wichtig, dass du jetzt so weltbewegende Themen hast. Sondern ich glaube, dass es einfach nur so ist, du hast jemanden, dem du zuhören kannst. So ist das mir zumindest, wie gesagt, aufgefallen. Und deswegen dachte ich mir, ich darf nicht immer so streng sein. Zum Beispiel für diese Woche, ich hatte eigentlich kein Thema, über das ich spreche. Und dann dachte ich mir, Alter, ich war jetzt zwei Wochen in New York, in Paris und danach im Freizeitpark. Ich habe sehr viel, über das ich sprechen kann. Aber eigentlich sind das halt nicht so meine normalen Themen, so dass ich euch einfach, also ich erzähle ja immer so am Anfang der Podcast-Folge über mein Leben was. Aber eigentlich ist das ja nicht so meins, so nur über mein Leben eine Folge lang zu sprechen, so was ich so gemacht habe und sowas. Aber ich dachte mir, das werden wir heute einfach mal tun. Weil irgendwie ist es ja doch auch schon voll spannend. Und ich muss einfach ein bisschen lockerer werden, habe ich das Gefühl. Weil ich kann euch ja nicht jede Woche irgendwas weltbewegendes hinknallen, irgendwelche Weisheiten bis zum Geht nicht mehr. Deswegen heute haben wir einfach mal so eine cute Plauder-Folge, in der wir gemeinsam einfach ein bisschen Tee trinken und ganz belanglos rumplaudern. Obwohl so belanglos wird es gar nicht, weil ich spiele so ein bisschen mit dem Gedanken gefühlt auszuwandern. Und wir werden am Ende der Podcast-Folge so eine Pro- und Kontra-Liste so ein bisschen abarbeiten, Pro- und Kontra auswandern. Und wohin auswandern? Ja, das war jetzt ein Brett, du. Ich war über meinen Geburtstag in New York. Und New York, ich weiß nicht, was es ist. Aber ich bin so obsessed mit dieser Stadt. Ich habe wirklich, ich glaube, das habe ich in der letzten Podcast-Folge sogar schon mal zu euch gesagt. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht war es auch an einem TikTok. Ich war letztes Jahr in New York und ich konnte nicht aufhören, über diese Stadt nachzudenken. Ich habe mir Videos angeguckt. Ich habe mir vorgestellt, wie da ein Tag in meinem Leben aussehen würde, wenn ich da jetzt nochmal wäre. Ich habe so einen Film die ganze Zeit in meinem Koffer über New York geschoben. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was? Du gehst jetzt einfach nach New York über deinen Geburtstag. Und ich würde sagen, ich bin gar nicht so die spontane Maus, weil ich schon gerne immer so Sachen ein bisschen durchplane. Aber das habe ich dann einfach gemacht. Und das war für mich auch schon so ein größerer Schritt, weil ich war noch nie an meinem Geburtstag nicht zu Hause. Also das war auch so das erste Mal, dass ich alleine sozusagen meinen Geburtstag gefeiert habe. Also mein Freund war mit dabei in New York. Aber das war für mich auch schon so ein bisschen so ein Step. Und das war auch mein 20. Also ein runder Geburtstag. Aber ich dachte mir, nee, Alter Feli, du hörst jetzt auf dein Herz. Und dein Herz will offensichtlich seit Ewigkeiten nach New York. Habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe die Reise gebucht. Und dann waren wir dort. Und ich wünschte, ich könnte euch mit Worten beschreiben, wie unglaublich New York ist. Also wirklich jeder, der auch schon mal dort war, sagt, es ist so krass dort. New York ist so ein Feeling einfach. Es ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist so einer von diesen Reisezielen. Aber über New York, es gibt ja auch sehr viele TikToks und sowas. Und oft wird das halt so sehr krass romantisiert und sowas. Und dann bist du da und denkst dir so, what the fuck is this? Like, what's going on right now? Aber das war wirklich so für mich sogar noch besser, als ich es mir in meinem Kopf jemals hätte vorstellen können. Auch unser zweiter Trip, weil man meint ja vielleicht, okay, ich war schon mal eine Woche dort, dann ist das zweite Mal bestimmt nicht so cool. Aber in der ersten Woche, also als wir das erste Mal da waren, mein Freund und ich, haben wir halt so hauptsächlich so ein bisschen so die typischen Sachen gemacht. Wir waren einmal im Central Park, die Brooklyn Bridge sind wir abgelaufen. Dann waren wir in der Shopping Street, wo ganz viele shoppen gehen und so weiter. Wir haben so ein bisschen diese Touri-Sachen abgeklappert. Und dann waren wir so, okay, jetzt sind wir richtige New Yorkians, das kennen wir dann schon richtig aus. Und das zweite Mal werden wir jetzt nur so eine richtig coole Sache machen. Und ich erzähle euch einfach mal, auch so als Guide, wenn ihr vielleicht irgendwann auch mal in New York sein solltet, was wir so gemacht haben. Also wir haben uns aus irgendeinem Grund richtig, richtig krass in Chinatown verliebt. Also eigentlich ist man ja immer so in Manhattan, so in der Nähe vom Central Park und sowas. Da gibt es auch ganz viele Hotels, da hatten wir auch unser Hotel in der Nähe. Es gibt so ein Zentrum und wir sind aber ganz oft mit der Bahn, das ist übrigens mein allererster Tipp, ihr müsst euch unbedingt, und das gilt egal für welchen Städtetrip, trauen mit der U-Bahn zu fahren. Als wir das erste Mal in New York waren, haben wir uns kein U-Bahn-Ticket gekauft, weil wir immer so schlechte Sachen über die Subway gehört haben. Also Subway heißt dort die U-Bahn. Und ja, das ist so schlimm, das ist bestimmt voll gefährlich und sowas. Och, scheiß drauf, wirklich, mach das einfach. Wir haben uns dann so ein Wochenticket für dieses Mal geholt und wir haben so viel gesehen. Beim ersten Mal waren wir so voll auf unsere Beine halt angewiesen, wo wir halt hingelaufen sind, das haben wir dann gesehen. Und da beim zweiten Mal, wir waren so frei, das hat 34 Euro gekostet, das Ticket, 34 Dollar. Und dadurch konnten wir so viel sehen. Und wir sind am allerersten Tag direkt nach Chinatown gefahren. Das ist wirklich, du steigst aus der U-Bahn-Station aus und es fühlt sich an, als ob du legit in irgendeinem chinesischen Dorf oder einer Stadt oder sowas bist. Also es leben tatsächlich auch super, super viele Chinesen dort und überall diese Schrift, also alles auf Chinesisch und so weiter. Da ist auch ganz wenig auf Englisch, außer jetzt natürlich, du bist im Restaurant, da steht es auch auf Englisch dann natürlich dabei. Aber die ganzen Läden, das ist wirklich wie, als ob du so ein ganz anderes Land auf einmal reist. Das fand ich alleine schon so geil. Da ist dann auch Little Italy, also wo so ein bisschen so Italien so nachgebildet wurde. Das ist aber sehr, sehr klein. Und da sind wir dann eben in Chinatown immer ganz viel rumgelaufen. Wir haben so Sponge Cakes gekauft, heißt das. Du kriegst halt super, super günstiges, aber geiles Essen. Also richtig, richtig leckeres Essen. Wir waren auch immer in so einem Nudelrestaurant, wo wir für drei Dollar so Erdnussnudeln gekauft haben. Dann eben so Sponge Cakes. Das sind so ganz fluffige Cakes, die machst du so auf und da haben die so eine irgendwie rote Farbe oder sowas drin. Je nachdem, was du dir für eine Flavor gekauft hast. Wir haben zum Beispiel immer Strawberry und so Chocolate und sowas. Und dann waren wir immer halt so in ganz vielen verschiedenen Restaurants, wo du halt so besondere Sachen einfach bekommen hast. Weil das Ding ist ja auch, New York darf man nicht vergessen, ist super teuer. Es ist wirklich, wirklich, wirklich teuer. Also auch so der Supermarkt, das ist null vergleichbar mit Deutschland. Wenn du dir in Deutschland eine Gummibärchentüte kaufen willst, kostet die halt 99 Cent oder mittlerweile, okay, vielleicht mittlerweile so 1,20 oder so, sage ich jetzt mal. Aber wirklich, in Amerika kriegst du keine Süßigkeitenpackung unter 3 Dollar. No joke jetzt. Also da, wo wir zumindest, wie gesagt, in New York. Ich habe ein Video hochgeladen, wo ich mir so einen Candy Salat gemacht habe, weil ich ja so obsessed mit diesen Gummibärchensalaten bin. Und jetzt kein Scheiß, ich habe 50 Dollar gezahlt, obwohl ich mir, ich weiß nicht, wie viel es war und wie, lass es 10 Gummibärchentüten gewesen sein, für 50 Dollar. Leute, das ist krank. Das ist halt mein Wocheneinkauf hier in Deutschland. Sogar wirklich. Also, das hat mich richtig geschockt. Und deswegen sind wir halt irgendwie so gerne nach Chinatown gegangen, weil du halt wirklich günstig so gutes Essen bekommst. Dann haben wir halt auch so richtig bodenlose Sachen gegessen, wie Raising Cane's. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Fastfood-Lokal. Das hat so ein rotes Logo, da habe ich immer so viele Videos so gesehen, wo du so einen ganzen Becher voll mit Soße bestellen kannst. Also, da kriegst du wirklich, du kannst das sagen, es gibt entweder nur so kleine Soßen oder du bestellst dir halt wirklich so einen fucking Becher voll mit der Soße. Wir haben das gemacht hauptsächlich, weil ich halt so ein bisschen für das Video euch das zeigen wollte, wie crazy das hier in Amerika ist. Wir haben die Soße aber dann tatsächlich auch mitgenommen, weil mein Freund hat sich öfter auch so Wraps und Burritos und sowas dort geholt in New York. Und dann haben wir die Soße mitgenommen, dass wir die halt noch aufbrauchen konnten. Aber eigentlich ist das so ein krasser Waste, weil niemand wirklich, egal wie viel du dir da reinhaust, keiner kann so ein pottig Soße da irgendwie leer essen. Aber da gab es schon echt leckere Sachen, so, keine Ahnung, Chicken Wings war das irgendwie, obwohl ich das nicht so mag, bin ich nicht so ein Fan. Aber Pommes und das war halt alles so, ja so richtig fettig einfach, es hat schon gut geschmeckt. Und was ich auch crazy fand, war, wenn wir so beim Essen schon sind, so ein Bagel, den ich gegessen hatte, der war einfach so giftig, der sah so giftig aus, da war so Regenbogenfarben. Und der hatte so eine Frischkäsefüllung, die war allerdings süß, weil das so ein Birthday-Bagel war und da war drin so eine Geburtstagskuchenfüllung. So fett haben die das auf diesem Bagel aufgetragen. Und das war halt so mit Regenbogenfarben, blau, rot, gelb, so. Ganz, ganz viele verschiedene Farben hatte dieser Bagel und ich dachte mir, boah, das sieht so giftig aus. Ich weiß wirklich nicht beim allerbesten Willen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland so okay wäre. Also was ich euch sagen kann, wenn ihr mal in Amerika seid, ihr werdet die verrücktesten Sachen überhaupt essen. Dazu muss ich aber auch sagen, seit der Woche und ich hatte davor auch schon so ein bisschen Probleme mit meiner Haut, aber seitdem ich wirklich in Amerika war und seitdem ich diesen ganzen Stress auch die letzten Tage hatte, meine Haut geht es gar nicht gut. Also ich will mich immer nicht beklagen, weil es ist nicht so schlimm, aber für meine Verhältnisse ist das schon, also ich habe auf der Stirn, kennt ihr diese ganz komischen Pickel, die du auch nicht mal ausdrücken kannst oder so? Ich denke, ich könnte die wahrscheinlich schon ausdrücken, aber dann wird es halt safe nur noch schlimmer, diese Pickel, die einfach da sind, da ist auch kein Eiter oder sowas drin, sondern die sind einfach da. Junge, das fuckt so ab. Also die sind einfach an meiner Stirn, einfach solche, wie so Kügelchen und das habe ich jetzt plötzlich auch noch an meinem Kinn bekommen. Und ich hatte schon immer Probleme damit, dass ich das an meiner Stirn habe, gerade wenn ich mich halt sehr schlecht ernähre und wenn ich halt nicht so viel Skincare mache. Ich habe halt auch nicht viel Skincare gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich da jetzt in New York war und generell in der letzten Zeit habe ich mich da nicht so viel drum gekümmert. Ich habe das richtig gemerkt, dass ich das jetzt plötzlich auch noch an meinem Kinn bekomme, an der Stirn, wie gesagt, hatte ich es öfter, wenn ich nicht so gut mich ernährt habe und sowas. Aber boah, ich check das gar nicht. Wurde also auf einmal, das liegt safe an amerikanischen Luft und an anderen amerikanischen Regenbogenbagels. Also wirklich, das ist schon nochmal was ganz was anderes. Generell ein paar Dinge, die wir gemacht haben, an die ich eine richtig schöne Erinnerung habe, war einmal, wir sind nach Brooklyn gefahren und von Brooklyn aus hast du halt eine wunderschöne Aussicht auf Manhattan. Und Manhattan ist halt genau das, an was ihr denkt, wenn ihr New York im Kopf habt, diese Skyline, diese ganzen tausend wunderschönen Hochhäuser. Genau das ist Manhattan. Und wir sind dann quasi auf die andere Seite gefahren, haben ein bisschen Distanz von Manhattan gehabt und dann war so ein wunderbarer Ausblick, den wir hatten. Weil da ist ja auch so das Meer dazwischen. Ich habe da auch Instagram-Bilder gemacht, die könnt ihr euch anschauen, wenn ihr das euch gerade so ein bisschen mehr vorstellen wollt. Aber das war so krass für mich, weil ich saß da die ganze Zeit mit dem Mund offen und war so, Alter, ist es so krass, dass ich gerade hier sein darf. Weil das ist so dieser typische New York-Ausblick und da war die Brooklyn Bridge links und ich war einfach so, what is going on? Das war so mein Moment, in dem ich so realisiert habe, okay, ich bin halt gerade wirklich hier. Ah, das war richtig, richtig, richtig schön und da sind auch überall so Parks direkt am Meer, dass du halt so richtig schön chillen kannst. Leider war das Wetter nicht so gut bei uns, aber ich stelle mir auch vor im Sommer, wenn du da so ein Picknick machst oder so, das ist einfach so der Traum halt irgendwie. Was für mich auch eine völlig absurde Erfahrung war, war die Osterparade in New York. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was ist bitte eine Osterparade? Ich wusste das auch nicht und ich weiß auch nicht, ob das so ein New York-Ding ist. Aber wir sind auf der Straße gelaufen und plötzlich haben wir gesehen, okay, da vorne sind übel viele Leute, das tummelt sich richtig und sowas. Und dann sind wir weitergelaufen, so ein bisschen durch die Massen durch und sowas und plötzlich kommen uns nur noch Leute in richtig, richtig verrückten Kostümen entgegen. Und ich meine nicht irgendwie so ein bisschen Ostereier im Gesicht angemalt oder sowas, sondern full-on fucking Prom-Dresses. Also die hatten so riesengroße Kleider in den verrücktesten Farben. Eine Frau hatte zum Beispiel, also es gab irgendwie keine Limits, so du konntest da machen, was du willst. Ich habe das Gefühl, es war teilweise schon, die Leute hatten so Ostern als Team sich genommen für ihre Kleidung, manche aber auch gar nicht. Also eine Frau hatte zum Beispiel ein Kleid mit Ratten an. Also da hingen einfach Ratten überall an ihrem Kleid. Das ist jetzt natürlich kein echten Ratten, ne? Und die hatte auch so eine, ich glaube, die hatte so eine Riesenratte auch irgendwie auf dem Kopf, so einen Hut, wo so eine Ratte... Also es war alles, gab es dort irgendwie, weil damit wollte er sie halt so drauf anspielen, weil in New York ja so ultra viele Ratten sind, die haben ja voll das Rattenproblem. Da wollte sie, glaube ich, so drauf anspielen. Dann war so ein alter Mann, der sah so irgendwie ein bisschen aus wie Cäsar, hat mir so die Vibes gegeben. Da hatte so überall Gold in seinem Gesicht und so richtig majestätisch. Dann eine Dame hatte einfach Blümchen auf dem Kopf, lila Kleid, dann eine war als Schmetterling verkleidet, mit der habe ich auch ein Foto gemacht und etwas auf Instagram gepostet. Und ein paar Leute hatten Torten auf dem Kopf, eine andere hatte Neon-Klamotten an. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt, gab es dort einfach. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist für die Leute hier wie Fasching. Oh Gott, oh Gott, bewahre, dass ich jetzt Fasching gesagt habe. Leute an alle, die aus Köln kommen oder so. Es tut mir leid, ich meine Karneval. Bei uns in Bayern sagt man Fasching dazu. But no one cares, ist mir egal. Wir brauchen jetzt auch gar keine Diskussion anfang, meinetwegen Karneval. Ich bin da gar nicht so, dass ich sage, nee, das heißt Fasching. Ihr wisst aber, was ich meine. Halt so dieses, ja, wo wir uns halt einfach verkleiden. Und ich glaube, das war so ein bisschen so für die. Und das war halt auch natürlich an Ostern direkt. Und ich habe das auf TikTok schon gesehen. Habe immer so Videos gesehen und dachte mir so, ja, ich weiß nicht, ob wir da halt hin sollen. Weil ich habe das Gefühl, da sind nur so zwei, drei Leute, die sich irgendwie verkleiden. Leute, jeder war verkleidet. Es war so witzig. Und das ist halt auch so das Ding, warum ich mich so hingezogen irgendwie zu New York fühle. Da waren so alte Menschen, wirklich jetzt kein Spaß, 70-Jährige teilweise. Einer hatte zum Beispiel so eine Zigarre im Mund, die eine Karotte sein sollte. Also der hat seine Zigarre angemalt in Orange und Grün und hat da irgendwie auch so Gras hingemacht. Und der hat halt dann seine Zigarre, die eine Karotte darstellen soll, gemalt. Und hatte auch so einen Hut auf mit so Eiern und keine Ahnung, was alles drauf war. Und das liebe ich so. Weil sorry, aber in Deutschland würden keine alten Leute sich so in Anführungszeichen so zum Affen machen. Oder so bei so einer Osterparade so dolle mitlaufen. Also das ist halt so mein Feeling. In New York sind einfach alle so locker und so glücklich irgendwie. Also als wir auf dieser Parade gelaufen sind, alle Leute waren so happy. Und was mir für immer in Erinnerung bleiben wird, ist wie unglaublich viele Komplimente ich in Amerika bekommen habe. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben, die Komplimente, die ich alle bekommen habe. Und ich weiß nicht, ob das weird ist, aber es ist mir eigentlich auch egal. Ich habe mir jedes einzelne Kompliment aufgeschrieben und ich werde euch jetzt sagen, was ich für Komplimente bekommen habe. Ich war im Urban Outfitters und dann haben mir zwei Mädchen so gesagt, die sind einfach an mir vorbeigelaufen. Und sie war so ein bisschen so fast schon so beiläufig. Also als ob es wirklich nichts Besonderes wäre, weil in Amerika ist das auch nichts Besonderes. Sie so, oh my God, but your outfit is everything. Und ich war so, was? Was hast du gerade gesagt? Die Leute trauen sich das dort einfach. Sie hat mir also auf Deutsch gesagt, oh my God, aber ich liebe dein Outfit so sehr. So ungefähr übersetzt. Und in Deutschland, wenn ich genau dasselbe Outfit angehabt hätte, niemand hätte sich getraut, mir zu sagen, wie cool mein Outfit ist. Als ich in einem Schmuckladen war, hat mir die Mitarbeiterin dort gesagt, oh my God, I love how you stack your jewelry. I love your jewelry taste. Das heißt, so auf Deutsch meinte sie halt, ich lieb's, wie du deinen Schmuck miteinander kombinierst und du hast so guten Geschmack, was Schmuck angeht. Und ich war so, oh my God. Dann hat mir ein Hotelmitarbeiter gesagt, your smile is so beautiful. Dein Lächeln ist so wunderschön. Und die Story habe ich auch schon auf TikTok erzählt. Mein Freund hat Bilder von mir gemacht und dann ist eine Frau an uns vorbeigelaufen. Die war auch schon wirklich älter, die war safe so 45. Und dann hat sie meinem Freund so zugerufen. You should take more pictures of her, she looks awesome. Also so, du solltest noch mehr Bilder von ihr machen, sie sieht so toll aus. Und ich war so, oh my God, thank you, thank you so much, you too. Ich habe mir, wie gesagt, diese Komplimente extra aufgeschrieben, weil mich das so glücklich macht. Also das hat mir so viel bedeutet, dass, also, dass mir das Fremde einfach sagen, ich weiß nicht, das hat mich so fertig gemacht irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr davon auch schon mal gehört habt, aber Leute sagen ja irgendwie immer so Amerikaner, sind so richtig oberflächlich und sowas. Also auch, wenn man so Komplimente bekommt, ist es halt alles so oberflächlich gemeint. Aber ich denke mir so, lieber oberflächlich als tiefgründig böse, so wie in Deutschland. Legit, ich bin dann auch wieder so in Deutschland gelandet. Und da war direkt so ein alter Opa, der mich so angepisst hat, also der auch so einfach frech war und immer so diese, ach, keine Ahnung. Aber das habe ich sehr genossen, so diese Offenheit. Und selbst wenn es oberflächlich war, ist mir doch egal, es gibt mir trotzdem gute Vibes. Deswegen habe ich mir jedes einzelne Kompliment aufgeschrieben. Und ich muss aber auch sagen, klar, ne, Deutschland ist natürlich was anderes, aber man muss den Deutschen auch Credit geben. Ich war dann im Flugzeug und da war eine deutsche Flugmitarbeiterin, eine Stewardess, und die war schon so die ganze Zeit so super cute. Und wir haben uns immer so angelächelt und sowas. Und dann am Ende, als wir rausgelaufen sind, meinte sie zu mir, ja, ich kenne dich und du bist so super authentisch und so sympathisch. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist auch in der Liste mit drin, weil ich das so cute fand. Und das hat mich auch so sehr gefreut. Deswegen, in Deutschland kann sowas schon auch passieren, aber es ist mir halt so auffällig oft irgendwie einfach in dem Urlaub passiert. Das hat mich einfach gefreut. Eine andere sehr krasse Experience, die ich an meinem Geburtstag selbst hatte, war eine Broadway-Show. Ich habe die extra auf meinen Geburtstag gebucht. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Broadway-Shows sind ja richtig heftig. Also da singen ja dann auch die Leute, die Leute, wie sie singen. Alter, das sind so professionelle Leute. Und ich glaube, es ist auch super, super schwer, so als Künstler überhaupt in Broadway reinzukommen. Also dass du halt überhaupt bei Broadway halt Schauspieler und Sänger sein kannst. Ich glaube, das ist super, super schwierig. Und eigentlich kosten Broadway-Tickets schon so 300 Dollar teilweise oder so mindestens 100 Dollar. Also wenn ich immer so geguckt habe, du hast schon so, außer du hast halt so einen richtigen Scheißplatz. Aber wenn du schon so einen normalen Sitz und sowas hast, dann zahlst du schon echt so 120 Dollar, würde ich sagen, für eine Show. Kommt natürlich auch darauf an, in welche du gehst und sowas. Und wir dachten uns, okay, das ist schon ein bisschen viel. Weil bei den Shows, die uns interessiert haben, waren es wirklich schon so 200 Dollar. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass wir so viel dafür ausgeben. Aber irgendwie hätte ich dieses Erlebnis schon ganz gerne. Und dann habe ich herausgefunden, es gibt eine Webseite, wenn ihr irgendwann mal New York seid, Broadway Roulette heißt die. Da kaufst du dir ein Ticket für 50 Dollar pro Person. Und du erfährst erst an dem Tag selbst, in welche Broadway-Show du gleich gehst. Und dann dachte ich mir so, okay, es kostet halt 100 Dollar weniger. Dafür wissen wir zwar nicht, in welche Show wir kommen, aber es ist umso witziger. Also selbst wenn das dann irgendeine Scheiß-Show ist, trotzdem hat man so diesen Fun-Aspekt irgendwie mit dabei gehabt. Und das funktioniert, glaube ich, so, dass du dann so die letzten Plätze einfach bekommst, die halt übrig waren an dem Tag. Die bekommst du dann halt durch diese Broadway-Roulette irgendwie. Und wir waren dann in Spamalot, hieß das. Das war so unglaublich witzig. Also es war eine Komödie. Wirklich ziemlich schwer auch zu verstehen, weil ich meine, das war so ein bisschen British-English. Also es waren so verschiedene Akzente irgendwie immer so ein bisschen mit drin. Und es war schon schwer zu verstehen, aber so unglaublich krass. Also das war wirklich so eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Es war einfach nur heftig. Also du saßt die ganze Zeit da. Das ging, glaube ich, zweieinhalb Stunden einfach mit offenem Mund. Und du warst so, was passiert hier gerade? Also das war auch so ein krasses Erlebnis. Und null vergleichbar mit allem, was ich sonst davor so gesehen hatte. Wir waren in der Schule, also mit der Schule immer so ein Theater und sowas. Null vergleichbar. Wirklich, ich dachte auch bis zur Hälfte der Show, bis ich dann in der Pause kurz gegoogelt habe, dass sie gerade gar nicht live singen. Weil das so gut war und die haben sich so viel währenddessen bewegt und auch immer getanzt und sowas. Und ich dachte mir, das kann doch gar nicht real gerade gesungen sein in dem Moment. Weil wenn ich tanzen würde und dabei singe, dann wäre das so. Also, weißt du, was ich meine? Ich würde gegen das so wie ein Pferd ins Mikrofon atmen. Deswegen dachte ich mir, das kann doch nicht live sein. Aber im Internet stand, diese Broadway-Shows werden wirklich live gesungen. Und das war einfach nur phänomenal. Also wirklich phänomenal. Was ich euch empfehlen kann, generell, wenn ihr eigentlich egal wohin reist, ist, dass ihr immer so ein bisschen versucht. Klar, man will so diese Touri-Sachen so ein bisschen abklappen und sowas haben wir auch gemacht. Auch dieses Mal waren wir wieder im Central Park. Ach, das war so unglaublich geil. Wir haben natürlich auch so sehr, sehr, sehr viele Touristensachen gemacht. Ich meine, das gehört ja auch dazu, so ein cuter, kleiner Tourist zu sein. Aber ich kann es euch trotzdem empfehlen, wenn ihr reist, euch vorher, und dafür ist TikTok halt wieder der perfekte Ort, euch so ein paar Sachen rauszusuchen, die so ein bisschen besonders sind. Also ich gebe dann immer so ein unique things to do in London, in New York, in Paris, wo auch immer du hingehst. Weil ich denke, dass wenn du Sachen machst, die nicht so typisch touristisch sind, sondern die auch so Leute machen, die normal in der Stadt leben, dann lernst du die Stadt halt nochmal ganz anders und nochmal viel besser kennen. Und wir haben dann zum Beispiel einen Sportkurs gemacht, also so einen Yoga-Kurs. Das war dann in Brooklyn. Ey, ganz kurz dazu, Leute. Ich dachte, das ist die letzte Stunde hier auf der Erde für mich. Ey, es war so crazy. Also wir sind plötzlich bei so einer U-Bahn-Station ausgestiegen. Und ihr müsst euch halt denken, sonst in New York ist es immer so krass voll. Da war es irgendwie auf einmal so leer. Und es war wie so ein Industriegebiet. Überall war so Graffiti gesprüht. Und es waren auch mehr nur so Locals, also nur so Einheimische. Und es waren so Autos, die so zertrümmert waren. Und es war ganz komisch, der Vibe dort. Und ich dachte mir auch so, warum haben die denn hier bitte ihr Yoga-Studio, Leute? Was geht ab? Da müssen wir da noch irgendwie so ein Gebäude hochlaufen. Und da waren so ganz viele verschiedene, ja, so Läden oder so Firmen hatten halt so ihren Sitz in diesem Gebäude. Und da war auch alles in dem Gebäude so voll gesprayt und so richtig industriemäßig. Und ich dachte mir so, boah, das war es jetzt für uns. Weil Amerika mit Waffen und sowas ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Und ich dachte mir so, alter. Und vor allem, als wir dann mit diesem Sportkurs fertig waren, haben wir auch gesehen, und ich bin mir so sicher, wie zwei Leute einfach ein Auto geklaut haben. Ich bin mir so sicher, dass die das Auto geklaut haben. Weil der eine, der hatte so seine Kapuze auf und er stand die ganze Zeit so und ist so auf und ab die Straße gegangen und hat halt überall so rumgeguckt und sowas. Und der andere stand halt irgendwie an dieser Motorhaube und hat halt so rumgeformelt. Aber ich denke mir, an der Motorhaube klaust du ja eigentlich kein Auto, sondern das ist doch in den Filmen zumindest immer, sind die doch in dem Auto am Fahrersitz und dann machen die da irgendwas, irgendwie so ein Draht, so spielen die da irgendwie rum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das mega sass. Und wir mussten direkt an denen vorbei und niemand war in dieser Straße außer diese zwei Typen und wir. Also mein Freund und ich. Und ich dachte mir, es ist halt so obvious, dass wir Touristen sind und wir sind halt so ein einfaches Opfer für irgendwie so Überfälle oder sowas. Das war schon strange irgendwie. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie das Auto klauen, wenn der eine Typ nicht die ganze Zeit so auf- und abgelaufen wäre. Stell dir mal vor, da wäre irgendwas passiert. Die hat uns so bedroht, weil die Angst hatten, dass wir jetzt die Cops rufen oder so. Das war schon so ein bisschen scary, weil du bist halt einfach in einem Land, das du nicht so gut kennst, faktisch. Und damit kommen wir auch schon zu meiner Pro- und Kontraliste Auswandern nach Amerika. Ich habe mir wirklich bei diesem Trip so oft die Frage gestellt, was ist, wenn ich einfach hierher ziehe? Was soll passieren? Was passiert, wenn ich jetzt einfach hierher ziehe? Ich liebe diese Stadt so sehr. Ich liebe die Leute dort. Ich liebe die Möglichkeiten, die du dort hast. Ich liebe den Look der Stadt, den Feel. Ich habe mich einfach so sehr in diese Stadt verliebt. Und ich dachte mir, was soll ich jetzt wirklich da hinziehen? Und ich habe halt echt viel darüber nachgedacht, deswegen kann ich jetzt sogar so eine Pro- und Kontraliste machen. Also erst mal das Ding, so Reality-Check für mich, warum das halt sowieso nicht funktionieren kann. Du brauchst halt eine Green Card, glaube ich heißt das, um generell überhaupt in Amerika zu leben. Und das ist irgendwie so super schwierig, die zu bekommen. Man kann auch bei so Verlosungen einfach teilnehmen, wo irgendwie immer so, ich glaube einmal im Jahr, aber ich weiß nicht, vielleicht auch regelmäßiger, so Green Cards verlost werden einfach. Da musst du so ein bisschen Geld zahlen und dann kannst du bei dieser Verlosung irgendwie teilnehmen. Voll random, dass es das gibt. Oder ich glaube, das ist halt so voll der lange Prozess, bis du so eine Green Card bekommst. Aber ich habe mich jetzt auch noch nie ernsthaft damit befasst. Aber das ist halt so das Ding, es ist nicht so einfach, nach Amerika zu ziehen. Und was mir halt auch so ein bisschen so ein Dorn im Auge ist, ist halt schon so dieses mit den Guns. Also das so mit den Waffen und sowas. Und da ist Amerika ja schon doch sehr, sehr anders als Deutschland. Also wir können uns halt wirklich so glücklich schätzen, wie sicher es hier bei uns eigentlich ist. Und das sind halt so die Sachen, weil ich jetzt schon so ein kleiner Schisser bin, wo ich mir so denken würde, boah, wenn ich jetzt ganz alleine so in diese Stadt bin. Weiß nicht, ich gehe ja hier schon nicht raus, wenn es dunkel ist. Und dann in New York, I don't know. Andererseits ist es halt eine Großstadt und es ist immer irgendjemand unterwegs. Aber das war schon für mich so ein bisschen so, ah, schau nach mal eine ganz andere Welt. Und man darf ja nicht alles hier nur so sugarcoaten und so hier irgendwie eine Bubble, die aufbauen. Es ist halt schon Realität. Dort ist es ein bisschen krimineller, würde ich doch schon sagen. Das gehört für mich auf jeden Fall auf die Kontraliste. Dann die Lebenskosten sind dort natürlich absolut insane. Also alleine die Miete, was du da zahlst, ist einfach verrückt. Also das kann man eigentlich gar nicht aussprechen, wenn du da ein Jahr lang lebst. Das ist Wahnsinn, was du da an Miete zahlst. So verglichen mit irgendeiner Metropole hier in Deutschland, Berlin oder sowas. Das ist auch Miete unglaublich teuer, aber nichts verglichen dazu. Dann bin ich halt super weit weg von meiner Familie. Also so der Flug war so neun Stunden, wenn du da noch so mit einberechnen ist. Bahn fahren, bis man dann wirklich direkt hier zu Hause ist oder irgendwie Taxi oder sowas. Da musst du ja auch erst mal in New York zum Flughafen kommen und sowas. Das ist halt schon immer eine echte Reise. Also ist nicht so, dass du einfach jetzt hier, gar nicht, ich wohne in Berlin und fahre mit dem Zug kurz mal hier zurück zu meiner Familie. Das ist schon was anderes, aber das wäre für mich tatsächlich gar nicht so das Problem, weil ich denke mir so, ja mei, da muss man dann halt einmal so ein bisschen so aufwenden. So, okay, ich fahre jetzt nach Hause und sowas. Aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. So, kommen wir aber jetzt zu meiner Pro-Liste. New York ist die Stadt, die nie schläft. Es geht immer irgendwas ab. Die Atmosphäre ist dort halt auch so krass, weil du so viele inspirierende, motivierte, junge Menschen in dieser Stadt hast. Also wirklich, wenn ich in Amerika leben würde, ich glaube, ich wäre vielleicht sogar schon so nach New York gezogen. Also wenn ich in irgendeinem Dorf in Amerika leben würde, dann ist ja nochmal was anderes, weil so viele ziehen halt einfach nach New York. New York ist so das deutsche Berlin. Da ziehen ja auch total viele hin. Ich habe es ja auch versucht, ihr wisst Bescheid. Aber da sind halt so viele junge Menschen, die alle Bock haben, jemanden kennenzulernen. Sind alle total offen für neue Freundschaften und sowas. Das spürst du dort einfach richtig. Alle sind so voll outgoing. Central Park. Central Park hat es mir halt irgendwie auch so richtig angetan. Also da waren mein Freund und ich wirklich auch oft. Und das ist so crazy, weil da siehst du auch so die Leute, wie sie einfach Sport machen. Wir haben so einen gesehen, der hat so Calisthenics gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das ist so Kraftsport, aber nur mit deinem eigenen Körpergewicht. Und Leute, die so Calisthenics richtig gut machen, die können so Handstand einfach für gefühlt 15 Minuten halten. Der hat sich die ganze Zeit irgendwie so vom Boden komplett aufgedrückt in den Handstand und dann wieder runter und dann wieder hoch und dann wieder runter. Das hat er richtig oft hintereinander gemacht. Und du siehst Leute, die da Yoga machen. Du siehst Leute, die mit ihren, oh Gott, mit ihren Hunden. Don't get me started on the dogs, Leute, die Hunde dodge. Oh, ich könnte, nee, darüber kann ich auch eine eigene Podcast-Folge machen, wie süß diese Hunde dort sind. Jeder New Yorker hat gefühlt den Hund. Und meistens diese Pudel, diese kleinen braunen haben die meisten dort. Oder auch so ein bisschen wie Bella. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, wie Bella aussieht. So Bolonkas, Malteser, so in diese kleine Hunde-Richtung. Oh, da habe ich so viele von gesehen. Und die haben dann auch im Central Park so eine eigene Area, wo Hunde dann auch ohne Leine miteinander spielen können. Und das war so süß zu sehen, wie die sich so gegenseitig hinterhergerannt sind und sowas. Und da ist mir einfach das Herz aufgegangen. Es fühlt sich einfach an wie so eine Parallelwelt dort irgendwie. Man darf ja zum Beispiel auch die Autoscheiben komplett tönen. Das wäre in Deutschland undenkbar. Also da musst du ja, man darf ja in Deutschland hinten die Scheiben tönen. Aber vorne muss ja die Scheibe komplett normal durchsichtig sein. Und in Amerika habe ich so viele Autos gesehen, die komplett getönt waren. Da konntest du 0,0 reingucken, wer da gerade drin sitzt. Also wirklich auch, wenn das Auto direkt vor dir gerade stand, du konntest null reinschauen und die Person erkennen. Die hatten auch so voll, viele hatten so richtig crazy Lichter unter ihrem Auto, wo in Deutschland halt gesagt wird, ja, das darfst du nicht, weil das lenkt die Leute dann beim Verkehr ab. Also Autos, die um dieses Auto herumfahren. Da hatten die solche crazy Party-Lichter überall an ihrem Auto und sowas. Es ist einfach schwer zu erklären. Es fühlt sich an wie so ein Witz irgendwie in Amerika, als ob die einfach Spaß machen. So, es gibt Regenbogenbagels, es gibt getönte Scheiben. Also es fühlt sich an, als ob es einfach alles ein Joke ist, weil das so irgendwie, so vieles einfach undenkbar bei uns ist. Aber ich will jetzt natürlich auch nochmal dazu sagen, ich war jetzt zweimal als Tourist dort und da erlebst du halt nur diese mega geilen Sachen. Natürlich hat der Ort genauso seine schlimmen Sachen und genauso irgendwelche Schattenseiten und sowas. Ich habe jetzt hier diese Folge einfach komplett Fangirl über New York gesprochen. Aber ich könnte mir wirklich, um ganz ehrlich zu sein, schon vorstellen, für so ein paar Monate, ich glaube, das Maximum, was man machen darf, ist drei Monate. Dann brauchst du ein Visum, soweit ich weiß, so eine Green Card. Ich könnte mir das schon vorstellen, so ein paar Wochen mal so da hinzugehen. Ich weiß halt nicht, ob ich so der Solo-Traveler bin, so ganz alleine, ob ich da nicht irgendwie Schiss habe. Aber ich könnte mir das schon vorstellen. Ich will auch unbedingt mal nach Los Angeles, da war ich auch noch nie. Ja, aber irgendwie packt mich das Ganze voll. Und ich hoffe, dass ich euch diese Podcast-Folge so einen richtig geilen Überblick geben konnte. Und ich hoffe auch, wenn ihr kein spezielles, super interessantes Thema für heute hatten, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ich hatte sehr viel Spaß. Ihr könnt mir auch gerne mal über dem Life is Felicious Instagram-Account schicken, ob ihr auch Spaß an dieser Folge hattet, ob ihr sowas öfter haben wollt. Ihr könnt mir wie immer übrigens auch Themenvorschläge schicken, wenn ihr irgendwelche habt, irgendwelche Dinge, über die ich sprechen soll. Nächste Woche wird wahrscheinlich wieder eine Was für die Feliz von Podcast-Folge. Deswegen könnt ihr mir sehr gerne wieder ein paar Nachrichten schreiben, damit ich dann meinen Senf dazugeben kann nächste Woche. Übernächste Woche wahrscheinlich. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen im alle-zwei-Wochen-Rhythmus drin, weil ich nächste Woche tatsächlich auch schon wieder unterwegs bin. Und deswegen ist es im Moment einfach sehr viel zu tun bei mir. Deswegen schaffe ich es irgendwie nicht so ganz jede Woche. Deswegen ist es gerade so ein bisschen alle zwei Wochen. Aber es ist gar nicht schlimm, dann könnt ihr euch in der Zeit ja immer die alten Folgen anhören. Ja, aber danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart und dass ihr bis zum Ende diese Folge angehört habt. Ihr könnt sehr gerne meinen Podcast mit fünf Sternen bewerten und mir folgen. Und ich habe euch über alles lieb. Folgt mir auf Instagram oder auf TikTok. Und wir sehen uns bald wieder. I love you.